Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO auf meinem Kanal und wir melden uns mit ein bisschen Bonusmaterial, denn gestern haben wir gefilmt und irgendwie ist das ganze Material verschwunden. Beziehungsweise war ich so gut drauf, dass ich immer als ich dachte ich filme auf Pause hatte und immer wenn ich dachte ich filme nicht, hat es gefilmt und dann hat er nur Mist gefilmt und so war alles weg, denn ich wollte mir gestern die Goldmedaille holen von den 1000 Feldforschungsaufgaben. Hat auch geklappt, aber die Aufnahmen sind nicht mehr da von der Kamera, deswegen muss ich jetzt was dazu sagen. Ich blende das hier natürlich an der Seite ein, das könnt ihr dann natürlich sehen. Bevor wir das machen mussten, mussten wir noch ein Pokémon verschicken, haben wir gemacht. Wir mussten noch irgendwas entwickeln oder fangen, eine Aufgabe lösen, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, das seht ihr natürlich hier. Zwei Aufgaben musste ich natürlich noch abholen, darunter ist dann natürlich auch der Forschungsdurchbruch gekommen mit Raikou, also noch kurz das Raikou mitgenommen und gefangen. War jetzt nicht das Beste, aber kein Problem, wir haben ja schon einen 98er, auf dem kleinen Account auch einen 100er. Und ja, ich würde einfach sagen, wir laufen noch ein Stück geradeaus, dass das passt, sonst ist nämlich die Aufnahme gleich wieder fort. Und dann war das erreicht, Raikou eingetütet, noch zwei Aufgaben abgeholt, 1000 Aufgaben erfüllt. Wie ihr seht hier, die Goldmedaille eingeblendet. Und ist eine Riesensache, ich habe von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, sie haben gerade jetzt mal die 100 fertig, aber durch die vielen Community Days ging das natürlich zügig, weil man da ja eh immer zu dasselbe Vieh gefangen hat und aus den Stops immer dieselbe Aufgabe kam. Damit kann man die Medaille natürlich schön boosten. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wie weit ihr seid, wie viele Feldforschungsaufträge ihr schon abgeschlossen habt, wie weit ihr bei eurer Goldmedaille seid, habt ihr Bronze, habt ihr Silber oder habt ihr auch schon Gold? Schreibt in die Kommentare und ja, das war's für heute, denke ich mal. Wir sehen uns, bis dahin, peace out, vor hau doja Ramses.